Hi, ich bin Biene und ihr schaut Stich.tv mit 90 Sekunden. Online oder offline mit Freunden? Online. High Heels oder Sneakers? Meistens Sneakers sexy in High Heels. Dein Lieblingsessen? Salat. Was dürfen deine Eltern nicht über dich wissen? Vielleicht mein Sexleben. Morgens im Bad brauche ich? Definitely 15 Minuten. Würdest du eher auf Sex oder auf Musik verzichten? Weiß nicht. Schwierig sein. Facebook oder Instagram? Instagram. Lieber für immer taub oder stumm? Wie bitte? Lieber für immer taub oder stumm? Stumm. Bei welcher Fernsehsendung schaltest du sofort weg? Irgendwas von RTL. Ein Wort, mit dem deine Freunde dich beschreiben würden? Quirlig. Bist du eher Tag- oder Nachtmensch? Tagmensch. Welchen Drink bestellst du dir, wenn du feiern bist? Bahama Mama. Wessen Gedanken würdest du gerne hören können? Von Uschi Obermeier. Mit wem würdest du dich niemals bedrinken wollen? Oh, da gibt's niemals. Nenne eine andere Leidenschaft neben Tattoos. Aperol. Wie meldest du dich am Telefon? Hi. Bye. Aufmerksam you Night! Bis zum nächsten Mal.